Ja, wir wieder, wieder andere Wand, gleiches Team. Jetzt mal zu Matchday, einem Fußballmanagerspiel für das iPhone, Android-Geräte und Windows-Phone. Was hältst du davon? Es sieht sehr vielversprechend aus. Die Grafiken sind für, ich sag jetzt mal, Phone-Verhältnisse echt schön. Es ist, klar, es ist runtergebrochen auf, ich sag jetzt mal das Wesentliche, aber wie uns auch verraten wurde, im Hintergrund läuft viel mehr ab, als man eigentlich am Anfang bemerkt. Und auch, das ist auch so ein Spiel, da muss man sich reinfinden. Man muss wirklich dann gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ja, ich werde es mir sehr wahrscheinlich holen, alleine weil es für Windows-Phone rauskommt. Es ist, freut mich. Also, hat Spaß gemacht, der Vortrag, den wir da bekommen haben und das Spiel gefällt mir. Dem habe ich eigentlich nichts mehr zuzufügen. Bis bald!